dass glaubt ich kann sogar nebenher Dings zocken hier, Bleached Breath of Souls. Ich mach grad mein Raid, dass ich meinen Charakter hochladen kann. Leute, ich werde nicht Geld nehmen und ich werde auch nicht Witz nehmen. Hör auf damit! Hör auf damit! Die Kinder, ey! Hör auf damit! Jedes Mal, ey, du... Nimm alle Genji! Nimm alle Genji! Du zwölf, nimm alle Genji! Wer bin ich? Oh! 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 Kann man machen, ne? Gott! Ich brauch noch was! Ich bin im Müll gerade! Ja, ein bisschen kann ich noch was. Ich bin meine Rudowelker, ob ich noch was Ding kriege, weiß ich nicht. Also ich kann nichts versichern. Ich mach mal Zielübungen auf Karnickel. Andere Chancen beginnt in 30 Sekunden. Party Time! Ja, klappt noch alles. Schau, dass ich dich als Zielmütze benutze... ...und Missbrauchmuster... ...und Missbrauchmuster. Genatische Nitzel. Ich sag hoch! Ich fühle mich gelehnt! Wie, du bist nicht mehr Gold... ... hier... ... Gold-Jatter-Mane, du Arschkeks. Wie ist kein Musknacker mehr? Du Hure! Wie, was? Du hast gar nichts verdient. Ich werd mir jetzt die Waffen holen für seinen Jatter. Dann werd ich die goldenen Nüsse haben und nicht so. Ja gar, ich werd mir die goldenen Nüsse holen. Aber zur Zeit mein ich halt Anna. Aber wie hast du das überhaupt... Du hast kein Recht mehr auf Gold-Jatter-Mane. Du hast kein Recht mehr auf Gold-Jatter-Mane. Das sagt der Typ, der Kost-Bronze ist, ne? Ist doch nicht klar. Wo? Du musst eine neue Version installieren. Dump ist es da, Leute. Wer ist denn das soweit? ... Uhhh... Hoops! Das ist schrecklich. Was ist denn meine Gefahr... ...dass ich mich? Fick! Versteh ich! Wie kann's auch? Noch schön! Noch schön! Bis bald! Hast du überhaupt mitgekriegt, dass ich momentan kein Zenimane bin? Ich weiß alles über dich! Ich weiß alles über dich! Hey, ich bin ganz einfach für das Ding geben, sagt er, mir ist eine neue Version verfügbar und wenn ich es noch habe, ab dir zu besuchen, macht er nichts. Sondern sagt er mir, dass ich die neueste habe. Was soll das denn? Weil er die noch runterlädt gerade im Falle. Oder was? Oh, ja! Wunderland hat er ja auch nichts. Ja, Solo-Ult! Farrah, sorry! Alter, wir werden immer wieder ausprobieren. Das werde ich! Ich bin auf jeden Fall jetzt Racken. Ah, ha, ha, ha! Oh, ich hab! Die haben immer noch eine Farrah! Was zur Hölle! Die haben das mit den Scheiß süßes Typ. Ich finde das auch so lustig, als war der... Heute in der Fahrschule... Heute in der Fahrschule war einmal so ein Typ von ADAC und so... Ich hab so ne richtig komischen Pakete verteilte. Und... Da drin war einfach ein fucking Kondom. Ein Kondom? Ja. Und da bin ich auf den schlechtesten Flachwitz da weggekommen. Der schlechtesten, äh... Anderspruch. Das war's selbst. Ist ohne so. Das spielt ihr also. Ja, Bloody hat sich vielleicht, äh... Totales Chaos gewünscht. Oh, was? Bloody, du Monster! Er sind wir lieber. Na, mir nicht, Alter. Aus dem Grund, weil da kann ich für stürmen, bin ich... Random Heroes, da kann ich nicht für stürmen, oder? Ups. Verdrückt. Ach Gott, wie schick's. Das ist ja gerade das geile an Random Heroes, wo du wirst teilweise gezwungen, wird etwas knapp bekommen, was du manchmal auch nicht spürst, oder so. Ja. Deswegen bin ich unüberwendig. Aber... Ich mag auch Abwechslung. Ja. Nein, kurz mal Ulti, was ist das? Classic. Ja, hoffentlich kommt... Hoffentlich kommt bald das... 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 Das wird... Das wird... Das wird... Das wird... Jetzt... Nee, jetzt habe ich Schnauze voll. Nee, nee, nee. Wen hast du? Reaper? Widow? Na. 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 Ja. Da... Ja. Na. Ja. 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 Booster ist auch manchmal nicht so eine gute Entscheidung, außer die Wurzeln, die damit umzugehen haben. Du bist sehr gerne mit Wurzeln. Ich habe vor Abletzten in so einem Rank-Game, habe ich einer gespielt. Ich wollte Wurzeln boosten und habe auch so ein Murphy geboostet, weil ich in die Klinie gesprungen habe. Ich meinte erst so, ich meinte erst so. Ich weiß nicht, wen ich geboostet habe, ich weiß nur, dass ich irgendwie geboostet habe, auf einmal unsere Mercy. Stirbt alle! Vierfach Kill. Solo alles. Ich mag Mercy boosten, ich mag das Mini-Deaver boosten. Das muss von uns brutal sein, wenn die Mercy weiß, wie man damit umgeht. Boah, ich habe meine Ulti jetzt mal, ne? Gold-Kills und Gold-Schaden, what the fuck? Doch, Mercy kann auch ohne Warnung reinhauen. Weltschen ist hinter uns, weltschen ist hinter uns. Boah, ich guckte mal, dass... ...meiner hatte... ...weird nicht gestorben. Ich bin viermal gestorben. Ich hatte erst den Yatter, und dann hat sie... ...und jetzt hatte ich Niko. Ist doch Bescheid, ne? Cool. Jetzt... ...jetzt wird nur noch Mercy. Ja. Soll sie nur noch Mercy kriegen? Und zwar direkt nach Lucio, dann, äh... ...Panzai in der Fresse! Dann weißt du, wo dich Chef-Captain sehen will. Ja, aber... ...Alka Neckel! ...Ni! Vorsicht, Eis und Penning! Hey, noch ein Lucio! Cool! Das ist jetzt hier die ganze Zeit... ...und einfach die ganze Zeit... ...Op-Afft, jetzt verprüfen! ...Op-Afft, jetzt verprüfen! ...Ups! Ich habe mir irgendjemand das schon gesagt, ne? Nö! Reinhard, nö! Ja, aber das war jetzt für mich erwischt! Warte mal. Ich werde mal gucken. Oh, läch mich am Arsch! Und die letzte! Nein! Fuck! Super, sorry! Jetzt mal gucken! Ob ich jetzt tatsächlich mehr bin? Ach, klar, nicht! Ne, trete ich da! Warte, fuck! Oh, mein Gott! Das ist ein Spielfehler! Was? Ich beschütze die Unschuldigen! Hm! Nicht autorisierten Teleporter-Einsatz festgestellt! Gefaustet! Uh! Wo? Hi! Da oben! Mach ihn, mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Hast ihn gekriegt? Ne, die ist hier noch! Ja, na! Na! Schau! Mach ihn kaputt! Ja! Man versteht ja nicht bei mir im Zimmer! Das ist mein Arbeitslaptop! Ja! Als ob ich ohne die nie herkommen würde! alles gewonnen so was von bladdy du bist richtig schlecht geworden ja klar als ob man mich jetzt gerade alles lag ja ist alles deine schuld du kommst wir gewinnen einmal und dann verlieren wir nur noch wer hat sich von der ulti abgefüllen lassen ich auch nicht matze schuld hat es soll Das ist der Karamell-Bonji. Oh, Update ist da. Ja. Das ist der Karamell.